Bitteschön, wir sind verschont, die Kapelle ist da, ja sicher ist alles klar. Nein, wir brauchen keinen Strom und nur wenig Platz, Getränke haben wir schon. Ab jetzt herrscht hier ein anderer Ton, also gut aufgepasst, sonst gibt es was auf die Ohren. Doch wenn ihr alle schön liebt und seid, dann passiert euch auch nichts, ganz ehrlich, das fällt uns leid. Sie spielen so wunderschön Trompete, können sie eigentlich auch tickpfeifen. Du kriegst gleich tickpfeifen in die Schnauze, den Paulchenpanter gleich dabei. Bitteschön, wir sind verschont, die Kapelle ist da, ja sicher ist alles klar. Nein, wir brauchen keinen Strom und nur wenig Platz, Getränke haben wir schon. Machen sie das eigentlich, hauptberuflich oder nur so nebenbei. Und wenn man früh genug anruft, haben sie sicherlich auch noch Termine frei. Ein dickes Kompliment, ihre Musik ist gar nicht so vehement, dass man nicht dabei essen kann. Bitte bedienen sie sich, ach so, sie waren da schon dran. Dein Bruder hat doch ne Gitarre, das ist ja furchtbar interessant. Bitteschön, wir sind verschont, die Kapelle ist da, ja sicher ist alles klar. Nein, wir brauchen keinen Strom und nur wenig Platz, Getränke haben wir schon. Bitteschön, wir sind verschont. Bitteschön, wir sind verschont. Ist ja gut, wir gehen ja schon.